Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play mit mir, McMay, yes. Ja, und ihr seht es schon, um welches Spiel es sich handelt und zwar um Pine View Drive. Ja, Pine View Drive, ganz frisch aus der Theke, erstmal ganz großes Dankeschön an André von Wizz Games, denn das ist das neue, das neue, upcoming Horror-Game von dem Hause Wizz Games und ich freue mich riesig, dass ich es vorher testen durfte, dass ich, sage ich mal, auch so ein bisschen bei der Entwicklung dabei sein durfte, immer mal die neuen Features anschauen konnte und da auch von André auf dem Laufenden gehalten wurde. Dankeschön dafür, weiß ich wirklich zu schätzen und jetzt ist es endlich da, jetzt darf es Let's Play werden, jetzt darf es veröffentlicht werden. Ich freue mich riesig und ich würde sagen, wir schauen einfach mal, was uns so schönes erwartet. Vor allen Dingen, das Schöne ist, aber wir schauen uns erst mal das Intro an. Das habe ich nämlich noch gar nicht gesehen. 20 Jahre später. Der aktuelle Spielstand wird automatisch gespeichert. Das ist gut. Okay. Das Lustige ist, ich kann euch schon mal so ein paar Infos geben, wie dieses Spiel funktionieren wird. Aber erstmal beginnen wir in Tag 1. Oh, nettes Auto. Benutze die Tasten WASD, um dich zu bewegen. Was ist das für ein Modell? Ist das ein Boss-Quitsch? Oder ein Lada? Oder irgend sowas? Wattburg ist es nicht. Irgendwas Älteres. Oder irgendwas aus Amerika vielleicht. Okay. Wer ist der, um mich zu bewegen? Ja, ihr seht oben links, Moment. Jetzt seht ihr oben links, ähm, passt das jetzt? Ja, jetzt seht ihr oben links diese grüne Anzeige. Und zwar, das ist unser Lebensbalken. Unser Lebensbalken nimmt nicht ab, indem wir irgendwie Schaden nehmen, angegriffen werden oder sonst was. Sondern, so viel kann ich euch schon mal verraten, unser Lebensbalken nimmt ab. Denn das Spiel erkennt automatisch, wenn wir aufgeregt sind, wenn wir erschrocken sind, anhand der, ja, Mausbewegung, der Tastaturbewegung, äh, wie wir uns halt bewegen. Wenn wir uns erschrecken und machen so ganz schnell, höh, oder irgendwas, dann nimmt unsere Lebensanzeige oben ab. Und das ist gar nicht gut. So, komplett neues Prinzip. Irgendwie ist jetzt hier, warte, Moment, hier ist ein Schloss. Verschaffe dir Zugang zum Grundstück. Finde dazu den Schlüssel. Ja, super. Den Schlüssel? Wo ist der Schlüssel? Ah, guck mal. Pine U Drive. Da ist der Schlüssel. Drücke eben Gegenstand aufzunehmen und zu benutzen. So, das ist auf jeden Fall erstmal das Prinzip. Wenn ich mich erschrecke, nimmt dieser Balken da oben ab. Ist auf Null. Sind wir tot. Es ist lange her, dass wir gemeinsam hier gewesen sind. Den Erzählungen zufolge hat hier seit Jahren niemand mehr länger als 30 Tage überlebt. Okay, 30 Tage. Mir bleibt also nicht viel Zeit, wenn ich herausfinden will, was damals mit Linda passiert ist. Ich sollte zunächst einen Weg in das Haus finden. Alter. Okay. Sehr, sehr geile Grafik auch. Sieht alles richtig nice aus. So richtig düsterer Ort. Sieht so ein bisschen aus wie so eine bekloppte Anstalt, ne? Wie man so aus den Filmen kennt. Oh, hier die Stator. Hand weg. Hätte nicht der andere Arm abgebrochen sein können? Naja, egal. Okay. Okay. Wir sollen den Weg in das Haus finden. Das hier ist, denke ich mal, auf jeden Fall der Engel. Oh, ein Frosch. Ist das ein Fickfrosch? Nein, gut. Und zwar... Wie Tiers verschlossen findet den passenden Schlüssel. Oh, und da haben wir einen Schlüssel. Ja, wir sind auch Tag 1. Deswegen ist das ja alles noch gar nicht so schwer alles. Und wir treten ein. Ich muss versuchen, einen ersten Hinweis zu finden. Okay, ich muss versuchen, einen ersten Hinweis zu finden. Ja, super. Es gibt... Erstmal eine kleine Info. Und zwar... Vielleicht kennen einige die Stimme. Oh, wir können auch das Licht an. Oh, guckt mal, wie cool das aussieht. Richtig nice. Ich habe natürlich die Grafikeinstellung jetzt auf alles, was geht. Also, Maximum for the win. So, können wir auch hier mal das Licht anmachen. Ah, die Tür ist auch verschlossen. Ey, die Stimme! Ich weiß nicht. Diesen Erzähler. Den vielleicht jemand kennt. Er ist ziemlich dunkel. Ich kenne ihn auf jeden Fall. Und zwar ist das Garderole. Garderole hat gesprochen für dieses Spiel. Oh, wow, wow, wow. Hier geht die Tür auf. Nein. Ist irgendwie hier schon gruselig. Aber ist egal. Wir lassen uns mal hier gar nicht abschrecken. Wir wollen ja hier... Oh, was haben wir hier? Batterien! Du brauchst zunächst eine Taschenlampe. Aha. Okay, nice. Ja, ihr habt ja bestimmt auch schon die Trailer auf meinem Kanal gesehen. Manche von euch vielleicht sogar... Oh, ist ja gruselig, wenn man in den Spiegel schaut. Manche von euch haben zumindest schon die Trailer gesehen. Die Tür ist immer noch verschlossen. Verdammt. Wo ist jetzt der erste Hinweis? Okay. Das war ja alles zu. Moment, war nicht hier oben in dem Zimmer? War da nicht der erste Hinweis? Ich weiß es gar nicht. Hier gibt es nichts weiter. Wir müssen wieder raus. Egal. So, komm, jetzt schauen wir mal runter, weil unten ging es ja auch noch weiter. Oh! Ah! Hört auf! Jetzt habe ich schon was von meiner Lebensenergie verloren. Jetzt hat mich die Uhr schon erschreckt. Wie scheiße ist das denn? Jetzt ist aber gut. Jetzt wollen wir mal nicht rumblödeln hier. So, okay. Vielleicht sollten wir die... Moment, vielleicht sollten wir diese Mausempfindlichkeit runterstellen. Das könnte uns Vorteile verschaffen. Okay, weiter. Ja. Und dann können wir uns nicht ganz so schnell immer drehen. Ist die Lampe jetzt an? Ja, die Lampe ist an. Oh, hier geht es schon mal rein. Sehr schön. Hallo. Sehr düster, 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 düster. Ah, ein nettes Foto. Oh, was haben wir denn hier? Ein Schlüssel. Den brauchen wir auch so viele Türen, wie hier verschlossen sind. Aktuell natürlich noch. Noch ein Schlüssel. Okay, wir müssen den ersten Hinweis finden. Streichhölzer. Nice. Mit Streichhölzer kannst du Kerzen anzünden. Oh, cool. Kerzen anzünden, das stand ja oben. Das stand ja zum Beispiel schon eine Kerze. Die Tür ist verschlossen. Da scheinen wir auch nicht den Schlüssel dafür zu besitzen. Moment. Okay. Habt ihr das gehört? War ich das? Hat die Diele geknarrt? Weil ich drauf gedreht bin? Ah, ich sage einfach mal, die Diele war's. Oh, zwei wunderschöne Schwäne. Noch einen Schlüssel. Ah, ist auch ziemlich düster. Alter Schwäder. Warte mal, wir machen mal hier die Kerze an. Oh. Eine Mieze Katze. Eine Muschi. Und ein schönes Bild. So, was haben wir hier? Ah, nochmal Streichhölzer. Sehr nice. Okay, da oben seht ihr übrigens, wir haben drei Schlüssel aktuell und vier Streichhölzer. Jetzt haben wir nur einen Streichhölzer. Das ist doch gut. So, hier gibt es gar nichts weiter groß. Hier liegt auch nichts mehr. Gehen wir mal wieder raus. Wir müssen jetzt irgendeinen... Ja, die Tür ist immer noch verschlossen. Ich denke mal... Warte mal. Ah, die ist auch noch verschlossen. Dass wir eventuell die Schlüssel für Urban jetzt bekommen. Oder für hier vorne irgendwo. Ah, hier haben wir gerade aufgeschlossen. Hallo. Hallo. Übrigens, dass meine Facecam nicht dunkel ist, das hat einen Grund. Ich kann das Spiel sowieso nur tagsüber spielen. Oh. Schön. Sehr dumm. Was war das? Alter. Alter. Aber wir können maximal zehn Streichhölzer mitnehmen. Alter. Erschreckt mich mal bitte nicht so. Was ist denn mit euch los? Oh, ein Schlüssel. Okay. Wir sollen den ersten Hinweis finden. Hier ist nur ein Fenster. Da können wir nur rausschauen. Boah. Gruselig. Ich muss hier raus. Oh, es wird Nacht. Ja. Es wird Nacht draußen. Es gibt hier auch... Oh. Oh, 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 oh. Ich sehe gar nichts. Oh. Hallo? Alter, ist das düster. Kerzen? Oh. Die Taschenlampe wäre echt nice. Oh, lecker. Hallo. Ich bin noch zu Besuch. Bin gar nicht so lang da. Ich will nur mal schauen, was es hier gibt. Aber ich kann nicht schauen. Denn ich sehe nichts. Das will ich wieder machen. Oh, was gibt es da? Sind auch wieder Streichhölzer. Warte mal, hier ist noch eine Tür. Die ist auch verschlossen, verdammt. Hä? Ah, hier. Oh, ist das gruselig. So, warte mal. Jetzt sind wir erstmal wieder hier in diese Eingangshalle. Oh, Alter. Äh. Was knattert denn hier so rum? Ah. Oh. Was ist das von der Lady? Ich muss echt aufpassen. Meine Lebensanzeige, die ist jetzt hier schon... Mir ist jetzt hier schon etwas geschrumpft. Das ist gar nicht gut. Das ist... Kann ich nicht vergutheißen. So, warte mal. Vielleicht schon mal für die Tür jetzt. Ah, immer noch nicht. War hier noch was? Nee. Warte mal. Hier die Tür. Da hat man den Schlüssel. Nee, da hat man auch keinen Schlüssel. Ähm. Oh, hier passt der Schlüssel. Hallo? Hallo? Oh. Licht. Ne Taschenlambe. Ich hab die Taschenlambe. Ich hab die Taschenlambe. Wer hat die Taschenlambe? Ich hab die Taschenlambe. So, gibt's ja sonst noch was in den Regalen? Äh. Könnt ihr mal aufhören? Mich immer zu erschrecken, bitte. Warte mal. Hier war mal, glaube ich, schon drin. Hallo? Hier gab's die Batterien, ne? Ah, wir haben einmal Batterien. Wir haben einmal Batterien. Sehr schön, sehr schön. So, warte mal. Hier hinten sind wir... Ey, wie sind... Für was haben wir jetzt noch den einen Schlüssel da? Einen Schlüssel haben wir noch. Wo passt... Warum passt der hier nirgendwo? Und was? Poltert hier die ganze Zeit rum. Hallo? Oh, Alter. Wenn ihr sehen könntet, wie es mir so diesen Schauer den Rücken runterläuft und... Äh... So, warte mal. Jetzt gehen wir hier nochmal rein. Vielleicht sehen wir... Haben wir hier irgendwas übersehen? Streichhölzer. Ja, wir haben noch genügend Streichhölzer. Warum ist die Tür verschlossen? Hier sind auch nochmal... Ha, 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 ha. Batterien, Batterien kann man nie genug haben. Batterien kann man nie genug haben. Ich glaube, das ist wichtigste, zu intensieren. In diesem Spiel. So, wartet mal. Hier hin da. Hier waren wir ja... Ach, hier waren wir doch ganz drin. Ach doch, hier waren wir schon drin. Äh... Will ich mich verarschen? Hä? Da liegt der Zettel. Aber stand... 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 Stand das die ganze Zeit schon so? Angekommen im alten Landhaus. Es macht einen ruhigen Eindruck. Ich erinnere mich... Das habe ich damals geschrieben. Ah, das habe ich damals geschrieben. Okay, wir haben den Hinweis gefunden. Tag 2. Der Spielstand wurde gespeichert. Ja, meine Freunde. Und das waren die ersten Impressionen gewesen von Pineview Drive. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Wenn ihr mehr sehen wollt, bewertet das Video mit diesem Däumchen da, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Ich finde es auf jeden Fall ein bisschen super spannend. Und, naja, wir schauen einfach mal. Ich hoffe, wir kommen auch gescheit durch Tag 2. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.